Mal herhören, die Mitglieder aus Wunderhaus Kunstausstellung ist eröffnet! Ich hab einen Hut gemacht! Ich hoffe, er gefällt euch! Ich nenne ihn Fromage. Das ist Französisch und heißt Käse, wisst ihr? Beeilt euch, fällen wir alle Kunstwerke aus, damit niemand sich daran erfreuen kann! Oh, vielen Dank! Aber seid vorsichtig damit! Hä-hä-hämm! Wir stellen für euch aus, es wird Kunst in Vickys Wunderhaus. Die Berge werden ausgestreckt, wir hoffen, dass euch das gezählt! Oh, der Magnifique! Das sind exzellente Arbeiten, wirklich ganz ausgezeichnet! Goofy, wo ist dein Kunstwerk? Ich weiß nicht, ob das, was ich hab, gut genug für die Ausstellung ist, Clarabella. Ich hab versucht, Blumen zu malen wie Daisy und ein Töpfchen zu machen wie Minnie. Ich habe sogar versucht, zu malen wie Mickey. Aber nichts war so, wie ich es erwartet habe, siehst du. Hm. Boofy, deine Kunstwerke sind... Muuuuh, Herr Kötig! Ach ja? Sie sind so farbenfroh und unterschiedlich und voller Fröhlichkeit. Genauso ist ja auch der Künstler. Meinst du, nicht? Ja, genau! Deine Kunstwerke sind ehrlich, Goofy! Sie müssen einen Ehrenplatz bekommen! Boston! Ist hier kein Platz mehr für Goofys Meisterstück? Tja, da brauchen wir wohl eine Mitmachsache! Ruft alle zusammen... Wenn du gestattest... Hick, hick, hick! Oh, Tudels! Na, sieh mal einer an! Nur noch die geheimnisvolle Mitmachsache ist übrig! Ruft alle zusammen... Geheimnisvolle Mitmachsache! Geheimnisvolle Mitmachsache! Was ist heute unsere geheimnisvolle Mitmachsache? Oh, Junge! Drei Bausteine! Die können wir wie ein Podest benutzen! Tu es war, Antoine! Wir haben alle unsere Mitmachsachen! Zack! Super duper! Absolut perfekt! Diese Bausteine ergeben ein schönes Podest! Jetzt kann jeder gutes Kunstwerk bewundern! Oh! Oh, Tau! Oh, die Gruppe! Komm doch zu! Oh, la, la! Was sagt man dazu? Ich bin ein Künstler! Danke, liebe Freunde! Ihr habt mir gezeigt, wie viel Spaß es macht, Kunstwerke zu machen! Und euch danke ich auch! Eure Hilfe war eine Inspiration! Das war ein toller Tag! Wie aus dem Bilderbuch! Na, was ist? Habt ihr Lust auf den Mausbetanz, Freunde? Ich bin ein Künstler! Die Gedei, die Gedei, mach alles mit und schick das Bein. Die Gedei, Muserei, es ist vorbei. Außerdem kein Problem, viel ist heute geschehen. Oh, nur Wetter, wir hatten jede Menge Spaß bei der Kunstausstellung heute. Und jetzt haben wir...